Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe PlayNation Top List. Top 5 der verrücktesten Gaming-Werbungen überhaupt. Und bevor es losgeht, haben wir noch eine kleine Randnotiz. Wir haben uns jetzt ein bisschen mehr mit der Thematik befasst. Und wir machen das jetzt so, dass wir es live aus dem Studio kommentieren, obwohl der Ben immer so eine richtig schöne Adlerstimme hat. Aber ich finde, eine Adlerstimme ist auch schön, oder? Ist nicht verkehrt. Wir haben ja jetzt angefangen, ein, zwei Formate mal ein bisschen umzustrukturieren, weil wir einfach Bock drauf hatten. Und ja, schauen wir mal. Und bald, Leute, kommt noch was Neues. Zwei neue Formate, aber ich darf da noch nichts zu sagen. Ich sage nur, Vlad, ihr will es wissen. Lasst euch überraschen. Der will es wissen. Aber ich würde mal sagen, startet mal die Engine, Ben. Geht's direkt los. Bin, bin. Intro. Los geht's. So, Ben, da sind wir im Studio PlayNation TV. Hammer. Und heute haben wir wieder eine Top 5 am Start, habe ich gehört. Ja, hatten wir selten eine Top 5, ne? Aber echt nie gemacht. So, und heute habe ich mir gedacht, es ist schöner, auch mal mit dem Ben persönlich über Themen zu sprechen. Ja, das finde ich cool. Weil Ben hat das ja mal aus dem Off gemacht und heute einfach mal Face-to-Face. Persönliche Note noch mal mit reinbringen. Das ist auch nicht verkehrt. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit Platz 5. So, was ist denn Platz 5? Da haben wir ja ein bisschen was nachgeguckt. Und heute bei den verrücktesten Werbungen überhaupt. Oh mein Gott. Das ist zu krass. Ja. Selettchen auf Selga, Selda, Alink, Tivita. Werbung fürs SNES gewesen, ne? Fürs Spiel damals aus dem Jahre 1991. Ja, und deswegen würde ich sagen, guck uns das gute Mal an. Das ist ein bisschen was nachgeguckt. Aufgebaut wie ein Musical. Lief erst mal nur in Japan. Kampfer auch nach Deutschland. Und keine In-Game-Grafik, Dennis. Nur abgedance. Was sagst du dazu? Ist das gut, clever von Nintendo, das zu machen? Also ich wäre ganz gern beim Dreh dabei gewesen. War ich aber leider nicht. Ich würde mal sagen, wir schwingen jetzt einfach mal Richtung Top 4. Oder? Nummer 4. Platz 4. So, also. World of Warcraft. Boah, da hat man sich ein paar Persönlichkeiten geschnappt, um eben das Spiel noch ein bisschen zu bewerben. 10 Millionen Spieler damals zum Zeitpunkt. Der Trailer ist gar nicht so alt. Da hat man verschiedene Charaktere angenommen. Zum Beispiel Chuck Norris. Oder? Mr. T. Genau. Los geht's. Ich bin Chuck Norris und ihr dürft weiterspielen. Die Synchro-Eintraum, oder? Mäßige Synchro. Ja, also das ist sehr authentisch und ich glaube, ich hätte Chuck Norris eine richtig tiefe Stimme gegeben, weil Chuck Norris ist ja eine Kultfigur. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat das was gebaut? Da muss man auch sagen, Chuck Norris war da ein Influencer sozusagen. Ja, dann die Leute saßen zu Hause und haben gesagt, Chuck Norris, der spielt das, dann muss er es ausspielen. Ja, es gab auch noch ein paar mehr, wie wir gerade schon erwähnt haben, Mr. T. und auch sogar deutschsprachigen Raum. Ja, und man muss sagen, das war ein bisschen selbstironisch angehaucht, also Blizzard hat das nicht so ganz ernst genommen und es hat sich jetzt auch nicht an In-Game irgendwie orientiert, also es gab jetzt keine Quests in der Werbung oder sonst irgendwas. War einfach eine coole Marketingaktion. Ja, so und weißt du was? Chuck Norris ist ja ein Jäger, ne? Ja. Und ich jage jetzt direkt mal die Nummer 3. Pssch. Okay, da hat sich Sony etwas gedacht, was ich sehr, sehr cool finde und zwar, wie du schon gesagt hast, selbstironisch, so soll man das Ganze ein bisschen angehen und es gab bei der Playstation 3 Ära einen Mann, Kevin Butler hieß der, der hat das so ein bisschen aus dem Büroalltag gemacht und hat so ein bisschen, wie soll man sagen, die Marke veräppelt, aber auch mit einem sehr genialen Humor und da hat man verschiedene, so verschiedene Teile an der Webserie gedreht und dann daraus Werbespots gemacht und wir gucken uns jetzt zum Beispiel einen Teil davon an. So und der Witz dahinter ist, dass Kevin Butler ein fiktiver Sony Manager ist. Unter anderem wurde auch Playstation Move damit beworben, das ist ja diese Bewegungssteuerung, die es damals für die Playstation 3 gab. Gibt es jetzt auch für die Playstation 4 in Verbindung mit VR und da hat man dann zum Beispiel gesagt, dass Kevin Butler der Sony Vice President von realistischen Bewegungen ist. Genau, oder halt Gerüchteküche, wie wir gerade gelesen haben unten. Genau, also es sollte alles so ein bisschen ironisch sein, manchmal haben Leute das nicht so begriffen und gedacht haben, das ist ein bisschen real oder nicht, aber wir sind auch Vice President oder sogar Präsident of Nummer 2. So, da hat die Regie nicht mit gerechnet, dass es so eine Überleitung gibt. Jetzt kommt ein Trailer Leute, das ist der Moment, wo ihr euch alle eure Hosen unterziehen könnt, denn jetzt gibt es nackte Szenen. Und da hängt beim Willi jetzt gleich die Hose auf halb drei. Atari Summer, ein Werbespot mit einem eigenen Song und zwar Nothing's Hotter Than Atari This Summer und kam damals 1982 raus, ja, glaube ich und der Trailer bewirbt Atari 5200, meine Güte. So, das ist ja schon mal eine geile Sache und deswegen, let the party start, sexy and I know it. This Summer, the really hot video games come from Atari. We've got Centipede, Ms. Pac-Man. Das ist doch schlecht. Die Generity abzubieten, ey. Hey, Santa! Vor allem dann den Joystick zu zeigen und im Hintergrund schön den Boobs, so, weißt du? Vor allem schön den Joystick in den Sand, ne? So macht man das heutzutage. Das Ding ist nur, diese Konsole, Atari 5200 war ein absoluter Flop und endete damals im Videospiel Crash 1983, weil man mit den Vorgängern, also die Vorgängersagen konnte man nicht darauf nutzen und es war, hat einfach nicht, der Controller war auch unhandlich und deswegen hat das Ding einfach nicht funktioniert, ja? Also schade. Was aber funktioniert ist Nummer 1, denn wir haben einen richtig geilen Trailer für euch rausgesucht. Der fetzt alles weg. Ich sag nur, so viel Shit habt ihr noch niemals auf einen Haufen gesehen. Nummer 1. Was haben wir denn da schönes, Dennis? Ja, Ben, du bist doch ein Eingriffleister-Nintendo-Fan, oder? Natürlich. So, und Nintendo hat damals auch, ähnlich wie bei Zelda, sich gedacht, warum sollen wir denn In-Game-Material zeigen, wenn wir denn das alles in der realen Welt repräsentieren können und deswegen gucken wir uns erstmal das Video an. Hier ist Nummer 1. Nummer 4-player star-studded Slamfest. So, das hat natürlich dann doch Ingame-Material gehabt, aber natürlich lag der Fokus eher auf dieses ganze drumherum, war Werbung für Nintendo Super Smash Bros und man hat da auch einen freundlichen Song gehabt, so happy together und am Anfang sieht ja auch alles freundlich aus, Yoshi, Super Mario, Donkey Kong und Pikachu laufen Hand in Hand und auf einmal Chaos. Hammer. Gab es denn einen Werbefilm, der dich persönlich auch vielleicht episch überzeugt hat? Man muss ja nicht ganz halt immer nur lustig... Nö. Gelbscheidner zum Mars-Effekt zum Beispiel. Juhu, da ist so wieder ein ganz anderer Schnack, ne? Ja Leute, das war's auch mit den Top-List und das hat uns sehr viel Spaß gemacht, wir werden das jetzt immer so aus dem Studio hier raus machen, wenn ihr Ideen für Top-List habt, zum Beispiel sagt ihr, macht mal die Top 5 der besten... Auch gerne irgendwelche Videos, die man halt mal gut zeigen kann oder so. Genau. Dann ist es natürlich immer eine Idee wert und wir werden auf jeden Fall die Kommentare gut durchstudieren und das dann einbauen hier. Ja, eine Sache noch, ihr könnt jetzt, wenn ihr möchtet, natürlich einmal das Video positiv bewerten oder auch negativ, je nachdem wie ihr möchtet, aber ihr unterstützt diesen Kanal damit, das ist sehr nett. Außerdem findet ihr jetzt links... Ist das hier links? Ne, das ist rechts, ne? Also von euch rechts gesehen und hier links findet ihr jetzt noch zwei Videos, die anklicken könnt, genau wie in der Mitte einen Abonnier-Button, den könnt ihr gerne anklicken und dann werdet ihr ein Teil dieser wunderschönen Community. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal dabei seid. Danke fürs Zusehen hier bei PlayNation Top-List und eure Kommentare wie immer unter diesem Video. Habt einen schönen Tag! Tschüss! Ciao!